In diesem Video geht es um die Verwendung und Erstellung von Audioformaten. Ein Medium, dessen Nutzen für Lehrveranstaltungen meiner Meinung nach bisher unterschätzt wurde. Audioformate haben gegenüber Videos ein paar Vorteile. Zum einen sind Audioformate leichter selbst zu produzieren als beispielsweise Video- oder E-Learning-Formate. Sie benötigen außerdem weniger Speicherkapazität, benötigen daher weniger Bandbreite bei der Übertragung und sind damit auch mit einer schlechteren Internetverbindung leicht zugänglich. Des Weiteren gibt es bereits zahlreiche Podcasts, Interviews, Hörbücher, Hörspiele und Radiofeatures zu unterschiedlichsten Themenfeldern, welche gewinnbringend in Lehrveranstaltungen eingebunden werden können. Es ergibt sich damit die Möglichkeit, die mediale Vielfalt Ihrer Lehrveranstaltung zu erhöhen und damit auch eine größere Vielfalt an Zugängen zu einem Thema zu eröffnen. Außerdem lassen sich Audioformate auch auf dem Smartphone einfach unterwegs oder beim Sport konsumieren. Es gibt verschiedene Audioformate, die Sie in Ihrer Lehrveranstaltung als Medium zu unterschiedlichen Zwecken nutzen können. Ein naheliegendes Format sind Interviews. Das können beispielsweise Experteninterviews, Interviews mit Zeitzeugen oder Personen aus der Praxis sein. Hier besteht beispielsweise die Möglichkeit, Interviews über das Telefon- oder Videochat zu führen und aufzuzeichnen. Neben den bereits genannten Hörspielen, Hörbüchern, Podcasts und Radiofeatures, die Sie aus dem Internet herunterladen können, können auch Diskussionen, Rollenspiele oder Planspiele als Audio festgehalten werden. Diskussionen, Rollenspiele wie auch Interviews sind ebenfalls von Lernenden relativ einfach selbst zu erstellen. Ziel des Einsatzes solcher Formate kann es sein, Lernende für ein bestimmtes Thema zu sensibilisieren, sich mit bestimmten Perspektiven oder Diskursen auseinanderzusetzen oder einen Bezug zur Praxis bzw. zum Arbeitsalltag herzustellen. Um eigene Audioformate zu erstellen, können Sie mobile Audio-Rekorder oder Diktiergeräte verwenden. Sie können ebenfalls den Audio-Rekorder von Ihrem Smartphone nutzen oder Sie verwenden die Aufnahmefunktion oder Audiobearbeitungssoftware auf Ihrem Laptop oder PC. Für eine gute Audioqualität empfiehlt es sich, immer ein externes Mikrofon oder Headset zu verwenden. In der Regel führt die Verwendung eines einfachen Smartphone-Headsets bereits zu einer besseren Qualität als die Verwendung des im Laptop oder Smartphone intern verbauten Mikrofons. Für Smartphones gibt es auch spezielle Ansteckmikrofone. Die besten Ergebnisse erzielen Sie mit einem Großmembran-Mikrofon. Hier ist es wichtig, darauf zu achten, ein Modell auszuwählen, welches Sie direkt über USB an Ihrem PC anschließen können. Mithilfe von Audiobearbeitungssoftware wie Außen Audio oder Audacity können Sie Audio aufnehmen, im Anschluss nachbearbeiten und in einem gewünschten Dateiformat exportieren. Audiobearbeitungssoftware kann ebenfalls dafür genutzt werden, um aus längeren Podcast-Folgen oder Radio-Features relevante Passagen herauszuschneiden, um Sie Lernenden im Anschluss in einer gekürzten Fassung zur Verfügung zu stellen. Windows 10 verfügt ebenfalls wie viele Smartphones über einen bereits vorinstallierten Sprachrekorder. Prüfen Sie zuerst unten rechts unter Mikrofoneinstellungen, ob der Sprachrekorder über die Berechtigung verfügt, auf das Mikrofon zu zugreifen. Im Anschluss klicken Sie auf das Mikrofonsymbol und starten die Aufnahme. Während der Aufnahme haben Sie die Möglichkeit, die Aufnahme zu pausieren und auch Markierungen zu setzen. Nach Beendigung der Aufnahme können Sie sich die Aufnahme anhören, können hier ebenfalls Markierungen setzen und die Aufnahme ein wenig zurechtschneiden bzw. trimmen. Haben Sie eine Audiodatei aufgenommen und möchten im Nachhinein ein wenig die Audioqualität verbessern, kann ich Ihnen Auphonic empfehlen. Auphonic ist ein Webdienst, bei dem Sie Audiodateien hochladen können. Diese werden im Anschluss von Auphonic bearbeitet und können dann wieder herum heruntergeladen werden. Dieser Dienst wurde in erster Linie für Podcasterinnen und Podcaster entwickelt und eignet sich daher besonders für Sprachaufzeichnungen. Es gibt durchaus unterschiedliche Formate, die Sie für verschiedene Zwecke in Ihrer Lehrveranstaltung einsetzen können. Mit Hilfe bereits vorinstallierter Aufnahmetools, kostenloser Software wie Außenaudio und Audacity und Diensten wie Auphonic haben Sie die Möglichkeit, auf einfache Art und Weise Audioformate zu produzieren. Sie können ebenso Lernende beauftragen, bestimmte Formate wie Interviews oder Gruppendiskussionen innerhalb eines Arbeitsauftrages als Audio festzuhalten, beispielsweise als Alternative zu einer Beamer-Präsentation. Vielen Dank.